Ja, ich weiß nicht, die Sagen gehört dem Alten. Das ist ja klar, keiner von euch weiß, was? Und die Sagen liegen rein zufällig da am Tisch. Das geht doch der Jete-Tante erzählen, aber nicht dem U-Richter. Ich will euch schon die Waren auf ihre Rechten. Na, wir waren nicht, Kiewerler. Ich bin wirklich nur bei Zufall da. Ich hab doch schon... Du als die Gusche. So, damit seht's, dass ich ein Franker Kiewer bin. Alle Beitschallbüben können sich schleichen, weil von denen will ich nix. Du nicht, du bleibst da, weil du musst schiffen. Ich muss nicht. Na, wenn ich da sag, du musst, dann musst du. Also komm, wir gehen aufs Häschen. So, Gusl, jetzt kannst du Verstärkung holen. Und lass ich auch noch. Ja, Puhle, lass ihn gut verstecken. Wir sind gutartig. Gut, dann setz dich wieder. Du steckig. Ja, also der da, 24, der da. Ja, wir sind im Café Eos und brauchen Verstärkung. Ah, und für ein paar Sachen zu verladen, schickst du uns an Frosch vorbei. Du, fahr all die raus, ich da. Es ist eine Angst in die Luft für dich da, Harry. Für dich gut, sehr gut. Das sind das sonst zwei. Huch zu, Pipsi. Ich lass dich rennen. Aber vorher sag ich dir noch was. Damit du kurz laufen kannst. Ich wüsste nicht was, Herr Inspektor. Ich bin ein ehrlicher Beitscherl-Bur. Ich hab doch mit dem Bruch von denen da drinnen absolut nichts zu tun. Aber mit was anderen? Du hast die Hele zusammengeholt, stimmt's? Ich. Sagt sie das? Wenn ja, dann lügt diese Schlampe. Weil ich... Also, es stimmt. Du hast das zusammengeholt. So, damit du weißt, dass das ein wehtut. Und damit du wieder geratschst, das war das eine. Und jetzt das nächste. Wenn du der Hele in Zukunft nur ein Haar krümmst, Pipsi, dann wirst du mich kennenlernen. Ist das klar? Weil du schießt dir ins Knie und sagst, es war Notwehr. Hast du mich verstanden? Aber sicher hast du mich verstanden. Geht's in den Wunderscheck? Ja, der im Rollwagen fährt. Ja, genau den. Den hab ich auch mal glaubt, der kann bei mir einen Weltmeister spielen. Also, wenn du in Zukunft grad gewüsst, dann lass die Finger von der Hele. Ist das klar? So, und jetzt putz dich, bevor ich mir so alles überleg. Abflug! Gratelendiges!